So, heute packe ich hier mal die Logitech USB Lautsprecher aus. Die Modellnäure ist relativ gut versteckt. Das sind die S150, relativ günstige Lautsprecher, die zumindest in meiner Erwartungshaltung keinen Stromstecker besitzen. Gucken wir uns gleich mal an. Das haben wir hier. S150, Digital USB Speakers. Sieht auch hier so aus, als wäre das der Fall. Man sollte es einfach einstecken. Man muss keine große Installation machen. Stromzufuhr über das USB Kabel. Dann gucken wir mal, wo es drin ist. Der Karton ist leer. Sehr unauffällig der Karton als solcher. Und dann haben wir hier zwei relativ kleine Boxen. Die eine mit drei Bedienelementen. Das Ganze ist hier in einer Folie gesteckt. Wir haben die Beschriftung, das sieht man hier weniger gut. Ich versuche es mal ein bisschen. Plus, Minus und Mute. Das sind die drei Stück. Von den Anschlüssen spartanisch. Sprich nur ein Verbindungskabel zwischen den beiden. Und hier in der Mitte haben wir das USB Kabel. So, das haben wir dabei. Das habe ich schon gezeigt. Ansonsten noch Sicherheitshinweise, die eher unspektakulär sind. Sofern war es das schon. Vielen Dank.